Hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory mit dem Carsten. Ja, hallo zusammen. Und der Danu. Carsten, wieso bist denn du so weit weg? Weil wir Öl brauchen. Achso. Und du besorgst uns jetzt mehr Öl? Ich werde mich bemühen. Okay. Das klingt gut. Nein, das ist gut. Doch, ich finde das klingt gut. Das wird furchtbar. Nein, das wird nicht furchtbar. Das wird super. Das klingt furchtbar. Ähm, ja. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Die Schraubenproduktion haben wir hier dazu. Wir haben hier zweimal Schrauben. Einmal Schrauben geht auch rüber. Das hier wird ja auch nochmal umgebaut, sobald ich es zuerst mache. Schaut aber scheiße aus. Das heißt, wir haben hier eine Leitung, die ziemlich bescheiden ausschaut. Können wir mal auch schön machen. Woher kommen die her? Achtung, meine Güte. Oh ja, okay. Aha, 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 aha. Was für eine Leitung ist das denn? Eine der Eisenleitungen. Hm. Verfolge sie gerade. Ach, da kommt die her. Das ist ja cool. Was bist denn du? Bist du in meiner 2? Ja, du bist schon in meiner 2. Okay. Aber wenn das da anfängt, Moment mal, was ist da oben? Einfach so Fundamente entfernen ist eine gute Idee, oder? Hervorragend. Okay, klar. Aber damit weiß ich, wo ich hochkommen würde, aber wenn ich das über den Lift mache, spare ich mir da eine 5km-Leitung. Mhm. Das mache ich auch nicht. Ja, ist ja sinnvoll, ich meine, wenn wir da so unnötige Leitungen haben, vielleicht kriegen wir es ja weg. Daniel hat zwar damit angefangen, haben wir zu gezwungen, da in Rampen irgendwo um die Klappe zu gehen. Naja, wir hatten ja damals noch keine Lifte. Genau. Ging ja nicht. Gab ja nichts. War ja Krieg. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es gab nichts, stimmt schon. Es gab ja noch nichts. In der Richtung. Äh, ich meine, da geht's gar nicht. Ähm, gut, dann machen wir hier wieder zu. Dann müssen wir weitergehen. Eventuell können wir hier ein Loch reinmachen. Ja, das schaut sehr gut sogar aus. So, haben wir einen Lift in der Nähe. Okay. Da nach hinten muss ich da mit. Es wäre es natürlich schön, wenn der meiner richtig dreht, wäre. Aber es geht wahrscheinlich nicht. Sonst hätte ich es gemacht. Von dem, wie er steht, kannst du 90 Grad Schritten drehen. Ja, ja, das ist das Problem, aber er steht halt nicht gerade. Ein paar habe ich nicht gerade hinbekommen. Das muss ich aber so. So. Dann könnte man das so in dieses Häuschen reinleiten. Opa, nein, ich muss nicht in das Häuschen, ich muss das Häuschen daneben. Kohle. Oh, das ging aber schnell, dass die Eisenseitung leer ist. Gut, wo brauche ich das Eisen in Wahrheit? Da hängt vielleicht der ein oder andere. Da hängen alle Stallproduktionen dran da oben. Zwar gerade die Hauptleitung da oben. Habtab. Aber das macht ja nichts. Da könnte ich es auch die Schnelle anschließen. Wobei, da habe ich ja auch noch eine Eisenleitung. Vielleicht kann ich die zusammenhängen irgendwo. Kriegen nicht zweimal Eisen von unten. Also als erstes könnte ich hier mal eine Wand einbauen. Ne, ich mach mal eine solche Wand. Gut. Wo ist der Aufzug? Nicht genügend Freiraum, weil mir die Fabrik da im Weg ist. Okay. Okay, okay, okay. Komme ich da irgendwie hin, ohne... Und da sieht. Ich denke, so ist es. Eventuell. So. 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 Einmal Das würde gehen Oder Da haben wir die Bodenplatte, ja Da geht's hinein Da geht's dann weiter Ja Da geht's dann noch runter, komischerweise Okay Da kann ich's nirgends bauen, weil wir überall den Boden vergessen haben Weißt du was, erstmal Machen wir es uns jetzt einfach Einmal Da vorn Okay Den Lift werde ich definitiv noch einmal Umplatzieren müssen Aber fürs Erste Kommt er daher So Und von da Könnten wir ihn jetzt Einmal da durchleiten Und da kann ich Quatsch So Bist du schon beim Öl Ich bin beim Öl, ja Ich bin am Rückweg Cool Ich hoffe Wieso hoffst du Oh, dass das cool und erfolgreich wird Ach so, klar wird das cool und erfolgreich Keine Zuversicht ehrt mich Ach Carsten Wenn du was angreifst Wenn du was angreifst, wird das immer Äh Soll das laufen Grandios Äh, nein Ach doch Ich profitiere einfach davon, dass es keiner sieht Das ist halt sein Vorteil Ihr seht's nicht, was er macht Äh Löschen wir bitte nicht am Boden Überhaupt, wo vielleicht der LKW draufsteht Dähdäh So Ha, jetzt weiß ich Jetzt hab ich ein Lift gebaut Oh Hab ich auch noch, ob es schmeckt Ups Ähm, kann es sein, dass ihr steht? Ja, es kann sein Was hast du gemacht? Ähm, nix Siehst du ja nachher sowieso Bitte? Siehst du ja nachher sowieso Du siehst gar nix Ja Ich werde dir einfach die Augen zubinden Dann siehst du gar nix Ähm, wie was? Ein kurzer Tipp YouTube Ach so Das ist ja nicht nachher Übermorgen hast du das vergessen Dann gibt's das auf YouTube Ich hoffe mal Aber es wäre trotzdem eine Idee Da oben könnten wir die Endproduktionen hin machen Und den Rest machen wir da unten hin Ähm Das wäre Nicht mal so eine schlechte Idee Dann machen wir das mal Oh Mann Ich geh mal da runter So Da kommt eine Kohleleitung hier Von wo kommt denn die? Ah ja genau Das war ja mal deine Kohlekraftwerkleitung da Okay Ja 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 Direkt in die Stahlproduktion geschoben Ja 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 Könnte man natürlich jetzt mit den Liften erheblich schöner machen Ja 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 Gut Äh, so weit bin ich noch nicht Ich hatte nur zwischendurch mal deine komische Wandtreppenkonstruktion entfernt Welche Wandtreppen Achso die Ja Das weiß ich schon Damals war es das Einfachste Ja ja Ich meine du weißt dir selber Wir hatten doch keine Möglichkeiten Ja ja Wir hätten es doch damals schon schöner machen können Damals war man froh, dass es gestanden ist Oder? Ja Immer Das ist halt das Am Anfang schaust, dass irgendwie steht Und dann Dann Willst du es irgendwann anspruchsvoller haben Okay, da ist der Weg vom LKW Das sollte ich nicht bauen Sonst muss ich die neu aufzeichnen Das wäre weniger gut Das ist schön LKW, dass du gerade kommst Dann kann ich nicht austesten, ob du da vorbeikommst Jep, da kommst du herbei Sehr gut So Okay Da oben Brauchen wir dann Eines Davon Opa, warte mal Das können wir nicht hoch machen Wenn ich das hier auf diese Höhe hänge Ja Könnte ich dann Hier überhaupt was machen Oder kriege ich dann einen Schreikram So Karsten wird sich wahrscheinlich Sich jetzt aber mal schnell die Ohren zu halten Nein Hey, ich hatte was gewonnen Hm Was ist heute Abend Was erst heute Achso, du meinst in 7Ds Ja Das stimmt Achso, zu teuer Okay, zu teuer Ist mir egal Geht sich aus für den Platz Ja Die könnte ich echt Oh Cool Dazu dann Oh, okay Geht Gut, dann Dann Machen wir das so Dann ist ja alles okay Gut, dann muss ich die Kohle halt auch der Höhe bringen Ich könnte mir eigentlich mal Brauche ich denn selten Ähm Das hier Und Das hier Okay Das könnte ich bis da noch hinten durchziehen Einfach weil dieses Gebäude dann besser ausschauen würde Wo kommt denn die Kohle an? Da Moment Das könnte es auch so machen, dass ich es sag Hier kommt eine Wand Und da steht scheiß was Okay So geht es aber Dann könnte man die Kohle da reinleiten Dann könnte man hier Okay, wieder was entfernen. Mach nicht so einen Lärm, LKW. Okay, dann hätten wir hier. Dann könnten wir hier noch einen Eingang machen, einfach bis es besser ausschaut. Da könnte man die ganze Stahlproduktion mal herlegen. Da würde ich dann quasi hier zuerst einmal den herstellen. Da geht es sich aber von der Höhe nicht aus. Dann... In der Stahlproduktion braucht man ja nicht den Schmälzerei, sondern ich brauche die Gießereien. Die würden sich nur ausgehen, cool. So, dann müsste ich mal zählen. Eins, zwei... Naja, wozu zählen? Ich wünsche mir immer noch dünnere Seelings. Kann ich da nicht bauen? Weil? Weil... Achso, wegen dem Strommasten hier, okay. Ah, das ist zu niedrig für die Strommasten. Gut, die müsste ich halt dann nach oben setzen. Das geht halt nicht anders. Ist ja auch nicht schlimm, weil die Produktionen ja auch oben sind. Und dann könnte ich es nach oben bringen. So, jetzt gehe ich mal wirklich zählen. Eins, zwei, drei sind da oben. Drei, dann haben wir hier zweimal schrauben. Das heißt, da brauchen wir auch Eisen. Was haben wir noch? Da haben wir noch zwei Schmelzen. Und vier oben. Fünf. Okay, das können wir hin. Das kriege ich hin. Der Lüfter könnte mich gleich runterlassen. Da, danke. Und zum Thema, wo ich bin. Kannst du dich noch an diese riesig großen, bunten, schwebenden Blumen erinnern? Ja, ja, ja. Da. Ist schön dort. Ja. Wie kann man die hin? Entweder wir machen es in die Reihenfolge. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber dann müsste ich es ab hier bauen. Ja, das würde gehen. Kriege ich da fünf nebeneinander? Nicht, wenn mal Stahlrohre fehlen. Ich glaube, ich weiß, wo die Stahlrohre liegen. Eins, zwei. Ja. Ja, das würde sich ausgehen. Da kommt ja irgendein LKW mir vorbei. Und da wäre er in dem Geländer, genau. Mhm. Mhm. Also da könnte man theoretisch dann noch eine dazu machen. Blumen. Blumen. Gut, das wäre dann unten. Das sieht man ja eh nicht geplant. Wäre vom Praktischen her nicht jetzt gar nicht so gut. Aber wie gesagt, Tarnern und Täuschen würde das egal machen. Wie brauche ich denn dann quasi, ja? Und da wäre es da. Oh, ich bin ja. Ich bin ja. Einmal. Was? Das war ein Mopper. das Schwerdeband kommt hier an geht da rein geht danach hierher und zwar wenn es geht in der hier ja das ist hoch mit dem Licht das wäre Quatsch mal was schöner machen wir könnten ja da oben drauf einen Splitter legen ja tun wir da noch eine drauf ja wir könnten da oben da oben drauf einen Splitter legen wenn ich mir nicht selber dauernd im Weg wäre der ist zu groß ne ich muss da runter legen ja dann könnte ich sagen von da daher und da daher das müsste ich ja nur durchziehen bis nach hinten dann geht das kommt man schön drunter durch und es schaut auch schön aus ach bin ich froh dass der Carsten so weit weg ist ich komme jetzt gerade mal wieder nach Hause nix da du kommst nach Hause hast du das angemeldet? ich brauche mehr Bezungen ich brauche mehr Verstärkt Stabins ja ach so solche Probleme ja das ist okay du bist voll ja nicht immer in euch will einfach Eisen oder ja okay 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 so gut dann würde ich sagen Carsten wir machen jetzt eine Pause wir sind ja eh schon wieder mal bei einer halben Stunde ich überlege mal schnell ob ich das abreiße oder ob ich es noch stehen lasse und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder okay ich bleibe ich auch zu Hause okay tschüss tschüss